Also, wir wiederholen den Stoff unserer letzten Stunde im Sexualunterricht. Wir sprachen über die weiblichen Geschlechtsteile. Welche kennt ihr noch? Jolanda? Die äußere Schamlippe. Und weiter? Die innere Schamlippe. Ursula? Die Klitoris. Oder? Der Kitzler. Cecile? Die Vagina. Oder Samergus. Heißt jemand, wie man die nennt? Ursula? Homosexuelle, bitte. Rita? Schwule. Gut. Der Kitzler. Cecile? Die Vagina.